Komm, komm mal rein rein, ich bin jetzt los. Wann ist viel lag, okay, nice. Oh, drei gebossen, nice, 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 nice. Nur mal Wahl, scheiße. Okay, neue Methode, Wahl zu killen. Nalalalalala, ein paar Sterbler haben wir zu killen. Okay, löse das leichter, gelag, so besser. Zum Beispiel ist viel Platz verschwand in meinem... Das ist gdürr. Na, bis los, als ich noch nicht so schlimm, ich kann noch spielen. Okay, löse das geht, dann spielbar. Oh, mein Gott. Okay. Der Miniboss ist wirklich gut. Wow, schau es gerade. Ich will Spiele endlich packen, ich weiß, was zum Schluss ist. Machen wir uns nicht so, ob die Flore kommen, wo... ...maps nicht verhandeln, was ich cool finde. Ah, das ist eine Überraschung, wie sich da gekommen sind. Ich weiß nicht, wie ich das mache, ich meine, ich habe irgendwo ultra gute Items. Ich habe eigentlich einen Stämme-Jobber und Speeddown aber... ...aber nicht so krassen Speeddown, dass ich zu verhandeln sehe. Und ich meine, ich habe noch kein ultra viel Lock, weil ich eigentlich nicht nur gestürzt will. Also, wenn ich nicht gestürzt will, dann hätte ich nicht... ...ich meine, dann hätte ich nur noch gerade da dabei und... ...verhundert, dass ich stirbe, also die Revolte von deinem Leben. Das ist ja nicht so schön. Ich kann auch nicht mit Zufall gewesen sein, oder? Ich weiß nicht. Pax... ...oder, das Spiel wäre ja gnädig, mach mal. Ich weiß nicht. Oh, cool, nice. Super, was macht mein Muni? Der, das ist krank. Zufall, ich will nicht mehr. Bei Damage, da finde ich immer. Okay, Pumpguns wird wirklich nicht schlecht. Ich hoffe nochmal, dass es ein Damage ist. Ich weiß gar nicht, dass es Slow-Motion benutzt, weil es cool ist. Mensch, Pump, ich lasse ein bisschen Scheiß mit Slow-Motion. Ups. Oh, Slow-Motion ist so geil. Pumpgun mit Slow-Motion ist ultra gut. Ups, da leider. So. Also, ich will nicht meine... ...denkenste mal halb, ich wissen, ob... ...so funktioniert die Schmangen. Wow. Ich weiß nicht, ich lerne vielleicht mal, ...eine Kille für zu gucken. Will ich lieber nicht, Mann. Also, ich will nicht. Schon machen, Mann. Ich mache gerade Let's Play, Jungs. Dafür mein Schläfer nicht. Nice. Ohlala. Ich habe noch keinen Speedboost-Font. Ich darf ein guter Zeichen. Das fand ich, was ich gehört. Ich gehe schon gerne kreisen. Nice. Okay. Fokus, 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 fokus. Okay, nice. Ich muss die Sühe sammeln. Ah ja, ich halte Damage ab, ne? Ja. Das ist richtig klar. Oh? Nice. Ohlala. Ich muss mal Stalker fertig machen. Lange auch ein Stalker zu spielen. Ich habe einfach die Zeit von Dschnaps abzuhören. Wenn wir weder... ... einer Kollegin, der wollte mit mir zocken. Dann ist da... ... Arma 3 und Dschnaps gezockt. ... oder schon Pokémon am Wigang gespielt. Ich denke, das war eine Stunde fertig. Ich war ein bisschen hart mit dem Spiel am Anfang. Also ich finde es auch schlecht, ... aber... ... ich habe einfach viel zu schnell fertig. Weil... ... ich habe nicht so viel gefunden, wie am Schwerzwein fand ich ein bisschen schwört, ... aber... ... aber... ... wenn... ... wenn sie sowieso in einem Ream... ... also... ... so wie Schwerzweiß... ... Perle, so... ... in zweiter Version, ... aber man hat noch mehr Sachen dran, ... da freue ich mich schon. Weil ich will einfach noch mehr Sachen. Okay, ich weiß gar nicht. Es ist eigentlich kein Problem, ... dass ich ge... ... ne, ich tat... ... und Floh... ... okay, das tut dann will ich. Was machen? Ich hoffe mal, ... dass ich alles im Floh hier drinnen alles gemacht habe, ... weil das wird ein bisschen dumm. Ah, nie... ... aber... ... es gibt viele legendäre Mengen nicht mehr... ... aber... ... gucken schon mal, ... und dann... ... und dann... ... geh zu Feier gesucht, ... die die mal, ... geh zu Kaufen, ... alles gefangen... ... und... ... geh chill, ... ich schreib mich schon. Vielleicht geh da auch ein bisschen... ... parallel multiple activity gezogen, also... ... ja, ... mach ich immer. Vielleicht will ich ein bisschen absaubern, ... aber, äh... ... ich kann... ... so ein kleines Beispiel. Oh, ah, apollah ist das gar ein... ...ja, Twitch... Ist dann die ganze Zeit auf Zwitsch oder weh, das ist schlimm. Ich mag nicht, ich fang ihn noch irgendwann zu streamen oder so, weil ich immer noch... Ich hab mal für ein guter Zeitchen, äh, Axe Blitz hochgelötet. Und, ja... Ich hab noch einen coolen, äh... Oh, das ist ein kleines Streamer. Das ist ein Speedrunner, der richtig cool ist. Ich erinnere mich an sich ein bisschen dazu, ruhig selber zu streamen, aber... Ich gucke noch, gucke noch, ob ich es gibt, machen. Ich möchte mich mal wissen, wie es geht, also... Aber es lohnt sich noch keinen Lust auf den Rest davon, es ist noch viel Zeit, wenn ich auch noch was kann, oder so. Einfach mal streamen, wenn ich gerade mal einen Verkennung bin, wird nicht. Ah, Speedrunner ist scheiße. Oh mein Gott. Schöne Kranke. Ah, ich war ein Spiel so geil, ich muss mich wirklich fast tief in einem Spiel, also ich muss mich konzentrieren. Das ist ein geil Gefühl, wenn man sich konzentriert, ob ich spiele. Und dann kann ich wirklich geile Sachen machen. Aber ich vermisch mich besser im COD, weil ich war mega gut am COD. Ich bin schon auf der Playstation gespielt und so am W3 war ich gut. Aber Black Ops, jedenfalls, ist ultra gut. Ich wünsche noch ein paar Game Clips, wenn sie es auf YouTube spielen. Such und zu zerstören, 13.2 oder so, das ist ein Müll. Das ist ein Müll. Das ist ein Müll. Hat sich auf den Und wenn ich da habe... Und wie sieht es aus? Ich trage nur eine Sensibilität. Groene Tisch und es geht ultrasschnell und richtig geil flessig. Fand ich nicht schön. Mal gucken wir mal. Ich krieg schon mehr denn mein Maus oder vielleicht auch schon mehr von Chancen. Mama geht doof. Ich fülle immer noch meine Tastatur. Und geht halt schon. Ich hab mal... Ich lebe alles zusammen. Ich brauche immer noch einen zweiten Monitor. Dann bin ich geiler Computer. Obwohl Gerät da bin ich schon. Und ja. Ich brauche immer noch einen eher beim Mikro, weil... Eins ist... Grauscht... Mikro für mich im Hatzatz. Auf der Playstation ist das mein Schnapp. Fand ich komisch. Pascha. Oh je je je. Okay chill. Oh mein Gott. Schminkhandig. So scheiß weg. Oh mein Gott. Null den... Fröst sich an mein Fanger ran. Haha. Das ist nicht schön. Ich frage schon ein Schlipschneischen. Haha. Ich frage schon ein Schlipschneischen. Das ist schon ein Drescher. Wie sie da. Ich mag ein Kugel mal mit der Schollstunde. So, wenn ich mal zur Scholl komme. Ich hab schon mal Zeit dran, mal abzuhöhlen. Weil... das ist schon ein Schmink. Ich mach mich immer leicht. Wie gesagt. Zocken mit Kollegen. Oder zocken mit Pokémon. Weil man schon noch nicht mehr. Oh shit. Oder ich sitze einfach nur auf YouTube gucken, Video. Und meine... Loh, das war schon ganz... Zu gucken, war ich schon fertig. Und... Fertig ist das zu. Ich mach mich. Zocken immer nach... Ja... Ja... Ich mach... Ich mach mal... Ich probiere mal Star Wars und zu facken. Man ist ja mal fertig. Half-Life, Half-Life muss verdächt. Half-Life geht mich schnell fertig, weil ich jetzt schon mal fertig bin. Das darfst du echt nicht, wie weit ich bin. Aber ich bin auch schon mal fertig mit Star Wars. Oh mein Gott, ich traf da nicht. Nein, du warst das ultra einfach, man. Das ist wirklich dumm, wenn ihr getrafft könnt. Wenn du einfach so viel scheiß random machst. Oh mein Gott. Jetzt ist mich der Hölten mega viel Damage. Oh nein, das ist komisch. Ohlala, das war's geil. Oh, nice. Das war's geil. Oh, geil, geil. Ich traf eigentlich schon viel Scheiß, das ist ein Grund, ob ich was. Aber ich würde schon mal die Scheiß denken, dass ich probieren würde. Was soll meinst du Speedboots? Ich hab mir noch ein Weizen, die Möller ist mein Speedboots. Das ist für lols. Oh, so muss ich noch so cool. Weeeee! Zum Beispiel bei dem, der noch Trämpft in den Dämonen. In den Nerfischen. In das ultra einfach, man. Obwohl, das ist ein bisschen nervig, weil sich so löst. Wir müssen dann noch Kampfe, man. Ohlala. Ohlala. Ich glaub, wenn ich kein Doublejump. Was ist denn, Mann? Das ist scheiße, dass ich kein Doublejump, Mann. Ich glaub, ich bin schön, dass du da angetanst. Ich glaub, ich bin schön, dass du da angetanst. Aber alle waren am Job aus. Scheiß. Der Willisch. Ey, Gottblessing will ich gar nicht. Oh, 200. Cool, cool. Ich glaub, ich hab's nicht zufrieden. Nein, okay. Hohohohoho. Vielleicht Doublejumps aufgeraft, Mann. Das ist einfach eine Leie gelöst. Das hätte ich ultra dumm gewählt. Okay, cool, schütze ich auf. Nice, nice, nice. Oder? Ja, ja, schütze ich auf. Hey, komm. Wow, nice. So, na, wirklich überall hängen. Hoppla! Wuh! Und, nette Frau, damit. Okay, schütze ich, aber ich weiß nicht. Schütze ich auf. Oh, oder? Bissi komisch als gesehen. Äh, muss man sich anders sehen. Okay, zähle ich komisch an, die macht sie richtig viel gerade. Ich zei zu weit noch an, die sind, wenn ich noch gepostet. Oh. Oh, schütze ich, schütze ich. Oh, schütze ich. Fokus, fokus, fokus. Oh, schütze ich. Oh, schütze ich. Oh, schütze ich. Wo ich fertig bin. Und dann schütze ich. Ich hab's gesagt, ich kann das ganze. Ich muss ein bisschen besser gehen, ich weiß es ist noch viel Fehler Ich habe es gelehrt, ich habe ihn nicht mehr in den Launcher benutzen Ohlala, ich verwarte schon Damage, goddamage Ich weiß nicht, ich werde die Yu-Gi-Ohren schon ein bisschen abholen Ich habe ein paar Kollegen, um seine Brüche zu zocken an Gucken wir mal, ich muss nicht mehr überreden Damage auf Speed Down, okay, das ist gut Das ist nicht schlecht, ich bin schon ein bisschen pek an den Boots Und da geht das schon Ah, ja, ich weiß nicht, was ich noch gespielt habe, ich bin Ferrari gespielt wie Möller Ich bin dann fertig gemacht, wir haben schon mal pro College gezogen Und wir sind noch weit weit gekommen und nicht mal ein Bob geholt Aber das ist kein Glosch, ey Wir sind immer mit dem Retter Chester zock gegangen mit Aroma 3 Vorhören sich ein Video von Aroma 3 mal, selbstverständlich zwei, weil Aroma 3 ultra geil ist Ich habe noch ein paar Probleme mit dem Spiel, aber Pasha, das Spiel ist geil Obwohl es nicht noch raus ist Das ist besser wie Aroma 2 und Gameplay Hier habe ich noch kein Day 7 Und ein Map gesehen, ein bisschen öde aus Das ist wirklich nicht viel Lass Fand ich ein bisschen Schütt Aber ich habe noch nicht so viel auf der großen Map gespielt Ich habe einfach random Sachen gezockt und nicht wirklich aufgepasst Na scheiße, aber Ich muss noch mal ein paar Campagne aufladen Und snipen ist geil am Spiel Und weil ich mich wirklich verlebt habe als Artillerie So Artillerie Panzer Ich fand das so geil Dass sie einen Map kann abrufen Und dann erreichen Wo ich schießen muss Und so Fand ich wirklich cool Ja, aber ich glaube kein Damager mit dem Scheiss Ich darf mir wirklich kein Fehler haben Ohlalala Oh mein Gott Das ist ein hartes Kreuz Okay, das kommt Goldgefahren Yes, super Das ist noch mal auf dem Scheiss gut oder so Ah, schon den Mantel ist gar nicht HANSKOT Oh 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 oh, das sucked Na komm Okay cool Fuck off Okay cool Fuck off Chill Okay, look at dein Farf We have an imbc I'll pass him Okay, nice Was ist das? Longer power-ups Oh yeah Das ist ein Fokus Das ist richtig Scheiss Gut zu wissen Ja schon, der Scheiss ist okay Da muss ich den Raum halten Mal versuchen Insofern ist das wichtig Weil die meisten Leute in unserem Shop sind Können auch Mini-Bosser machen Aber die droppen nicht Das Beispiel Scissors Ich bin zwar ein Keier Gesinn Ein Drop Sondern direkt gestört Ich bin richtig Scheiss Zu Kill Pam Ich habe schon ein Weiß Bull gefeilt Ich bin richtig Scheiss Pasha Cissars sind Sch- An EINKE am Shop gesehen Eigentlich Ich möchte nicht genug zu werden Einfach Scheiss Einfach Scheiss Cissars sind schon sehr 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 Weil die auch OP sind An sich Fand ich mal Weil die gute Items Die Na weil Böcke sind Für Böcke Kreien Und nach mehr Böcke Kreien Fand ich persönlich ein bisschen Okay Nice Nice Ich halt Ah Lohne Ich habe mit verbacken Dingen Oh oh Ich hasse den Raum Die Doty Cup Und Teammap viel Damage Das ist jetzt Lava Der Raum war so sucker Aber Gut Das ist ja nice Das ist ja Okay Scheiss Das ist ja Das ist ja Oh ein bisschen Fall Das ist ja so Wie kann ich dann noch Seher benutze manche Zeit Ah Cool 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 Ne okay Das ist jetzt für zu reviven Gut zu wissen Na Schmeich 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 Tschüss